Hallihallo, okay das war komisch, wir spielen jetzt Uncut 1 16 Scales bis ich eine Runde gewonnen habe, weil heute läuft nicht so gut und ich bin schon wieder gejobbt, kein Arme ist drin, toll, ja ich weiß nicht warum, aber ich hab Lust und ja heute läuft echt nicht gut, deswegen muss es jetzt ein bisschen gescharrt werden, einfach ich spiel so lange bis ich gewinne, egal was wie ihr könnt, wenn es 3 Minuten oder 30 Minuten geht, ist mir eigentlich relativ egal, ja das heißt es würde mich anstrengen, sollte aber ich hab keine Lust die ganze Scheiße am Ende so lange hochzuladen müssen, ja, ich wollte davon nur drüber reden, ähm Varou, Events spiel ich mit, weil ich will es halt gar nicht mehr, was ich irgendwie ein bisschen schade finde, aber irgendwie halt auch gar nicht Bruder, ich bin heute so, so verdammt scheiße, es ist so Schmutz, mal schau euch diese Holto Stats an, der ist so Dreck, oder was ist das denn für einer, Scherzkriegst oder was? Ja, ich bin tot. Ich bin wieder am Platz nach oben. Ich möchte auf dieses Wochenende noch den Top 50 schaffen. Es ist schon ein Clips Video tatsächlich in Arbeit. Da freue ich mich auch schon drauf, das zu lesen zu dürfen. Da darf sich auch tatsächlich jeder drauf freuen, weil das wirklich mein Video sich mir gegeben wurde. Ja. Toll, ne? Ja, das wird auf jeden Fall super. Ein paar Clips, um zu zeigen, dass ich doch nicht so scheiße bin, wie es immer aussieht. Und da ich sonst nichts anderes kann, als diesen Modus. Mach ich halt in dem Modus, ne? Stau natürlich. Ist der gelieft bei mir? Ich bin also nicht mehr da, das ist gut. Das gefällt mir. Ja. Ah, die Schätze da mitgenommen. Ich denke, der wird... ...TP-Ball gegangen sein oder so. So, die Runde würde ich gerne gewinnen. Weil... Das wäre einfach ein paar nicht im Ideen. Ich nehme mir natürlich Porto für zu ewig lange. So, ich... Jo, ich freue mich aber tatsächlich schon. Auf... Fähren Wald. Ja. Oh mein Gott, das ist einer. Der hat keine Rose. Der Album ist mir nicht gefahren. Du musst doch aufhören. Du musst doch aufhören. GG. Ich möchte doch GG sagen. Der Album hatte gar nichts. Jo, ne? So. Ich nehme noch einige. Ja, jetzt habe ich jetzt schon mal... Uh, da... Jetzt habe ich jetzt schon mal Ding. Rakete. Alles, was vorhin passiert ist, kann ich nochmal passieren. Ja, er kann ein Shield. Ich denke da noch keiner ist. Ich denke da noch keiner ist. Da ist noch einer. Nein. Schlecht. Dann da einfach noch einer als Hilfe. Ich würde jetzt gerne noch mal Food und Duft... Äh... Lassen. Der arme Digger. Ups. Ich brauche mehr Webs. Weil Quantität, nicht Qualität. Ich denke, ich brauche halt so 20 Wett Versuchen, um halt mal eine OP-Wett durchzubringen. Aber die Clips, die ich gemacht habe, alle an einem Tagestand sind innerhalb von 2 Stunden. Und... Ich glaube, es würde auf einmal so 3-4 Minuten lang gehen, also... Jo. So, dieser Hausin-Party, der hat gerade reingeklämt. Den möchte ich gerne holen. Ich könnte mir mal eine Dia-Achse machen. Da hinten habe ich jemanden gesehen. Der ist der andere. Der ist der andere, okay. So. Den hole ich da. Ich schille schon mal mit Pro. Der haut geht nicht. Schön. So. Jetzt noch der letzte. das update geben sonst hätte keiner wenn so sowas im moment los sind also für mich ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel lust drauf eigentlich wollte mir bloß noch wusste ich glaube es wird auch nichts oder muss er jetzt wieder hin ich verloh'n hey wenn ich geht hier jetzt verliert das dritte ach dammit Schilfer was da fehlt noch heute ich muss nicht schlau und taktisch spielen ja das war's eigentlich auch schon ja haut rein tschüss